Oh Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe eine echte Elfe gefunden, mitten in den Highlands. Ich muss aufpassen, dass ich sie nicht erschrecke. Ach guckt mal, eine richtige. Ist das nicht cool? Ich muss vorsichtig sein. Oh, sie hat irgendwas entdeckt. Was ist das denn? Was kann sie denn gefunden haben? Mein Gott, mitten in Schottland findet eine Elfe eine kleine grüne Fee. Ich glaube es nicht. Schaut euch das an.